Nächster. Mario Fallack. Habe ich schon einen Namen gesagt? Name! Mario Fallack. Klassische Voll für den Eismäher, oder? Sie können sich den Weg überlegen. Oberzahn. Dann hocke ich sie um. Wir präsentieren unser Herr! Ach! Das ist nicht rot. Auf den Boden, totter Mann! Raunstot! Wir sind ein kompletter Psychopath. Wer sich an die Regeln hält, hat nichts zu befürchten. Ihre Regeln. Du gehst da jetzt rüber, Kunde! Ich kann doch nicht rüber gehen! Christoph Hallack! Ah! Sie werden ja wohl wissen, warum Sie zum Bundesherr wollen. Fragen Sie, weil ich im Tusch bin, oder weil ich schwul bin? Sie bewegen sich auf einen Minenfeld. Süß! Wo warst du? Ich weiß, dass ich das schwul... Ah ja! Nicht depperträten! Einfach machen! Die Militär haben sie mich geschickt. Damit der Mann etwas dir... Charlie. Die Welt funktioniert nicht so, wie dein schwules Hirn sich das vorstellt. WDR 2021